Die neuesten Umfrageergebnisse zeigen, dass Donald Trumps Stern verraucht ist. Die Megaspender haben sich abgewandt, die sogenannten Evangelicals auch, also das sind die Anführer großer Christengemeinden, und zunehmend wenden sich auch die Follower ab. Der neue Mann ist Ron DeSantis und zusätzlich feuert jetzt Elon Musk den Wahlkampf an über Twitter mit Themen wie Hunter Bidens Laptop, Anthony Forgi und sogar der Aufforderung, man solle dem weißen Hasen folgen, was viele aus der QAnon-Sphäre als Ermutigung begreifen, dass ein elitäres, konservatives Team bald Amerika und die Welt retten wird. Und DeSantis poltert jetzt, er werde die Impfstoffhersteller aufmischen wegen der mRNA-Technik. Also Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf. Es wurde offenbar nichts gelernt aus dem Trump-Fiasco. Wir hatten ja Trump frühzeitig durchleuchtet und gewarnt, er habe tausend Skandale an der Backe, eine völlig unbrauchbare Persönlichkeitsstruktur und keine Ahnung von wichtigen Themen. Wir behielten damit Recht, seine Administration unterschied sich personell nicht von einer Administration, unter jemandem wie Jeb Bush. QAnon war nur eine Polizekte, basierend auf einem Marketing-Stunt. Es wäre nun angebracht, jeglichen weiteren Hype zu vermeiden. Also vor allem, weil auch diese amerikanischen Hypes dann immer wieder abkopiert werden hier in Deutschland. Das heißt, es werden dann teilweise Vorstellungen gesponnen hier in Deutschland, dass eben auch dieses amerikanische mächtige Netzwerk hier auch Deutschland befreien werde. Gegebenenfalls wird dann dazu fantasiert, dass die Russen uns dann irgendwie auch befreien würden. Also das sind auch Dinge, die jetzt hier laut Presseberichten angeblich auch Dinge, die geglaubt wurden von dieser Reichsbürgergruppe, von denen jetzt 25 Leute da verhaftet wurden. Also das heißt, diese Marketing-Hypes und diese ganzen Fantasie-Vorstellungen betreffen auch uns sehr, sehr stark. Da wird alles hier zusammengeworfen. Und amerikanische Influencer können natürlich jetzt ihrem konservativen Publikum sagen, dass sie mangels Alternativen den Kandidaten der Republicans wählen sollen, aber dass keine Wunder zu erwarten sind. Also die Menschen sollten, statt endlose Podcasts zu hören oder sinnlose Schlachten auf Social Media zu schlagen, neue Kandidaten etablieren und einen Wandel bei den Republicans erzwingen. Es ist ja letztendlich ein Zwei-Parteien-Kartell. Völlig verkehrt ist es, den nächsten hohlen Hype zu veranstalten und dann nach vier oder acht Jahren DeSantis wieder mit leeren Händen dazustehen. Und dieses mit leeren Händen dazustehen gilt auch für die Deutschen, weil wenn halt hier bei uns der Aktivismus im konservativen Spektrum oder wenn halt auch so Verschwörungsaktivisten, wenn die jetzt halt dann wieder so diese Trends mitmachen, ja, dann steht man halt wieder mal mit komplett leeren Händen da. Und das Publikum folgt ja Leuten, das läuft Leuten, Influencern hinterher, weil eben diese Influencern den Eindruck erwecken, dass da dieses internationale mächtige Netzwerk besteht, ja, dass uns alle retten wird. Aber wenn dieses Netzwerk so überhaupt nicht existiert, dann verschwenden auch deutsche Leute halt da ihre Zeit. Ja, das heißt, man steht dann wieder mit leeren Händen da und wenn dann wieder ein Demokrat im Weißen Haus sitzt, klammern sich die enttäuschten und verängstigten Konservativen erneut an die Republican Party, weil es ja sonst nichts gibt, was man wählen kann. Schon Donald Trump versprach im Wahlkampf 2015, 2016, dass er hochtrabende Untersuchungen in der Pharmaindustrie einleiten werde wegen Impfungen. Natürlich passierte da nichts, sondern er machte Alex Azar zum US-Gesundheitsminister. Azar war fünf Jahre lang Präsident von Lilly USA, Pharmafirma. Mindestens 40 weitere Leute aus der Trump-Administration hatten Verbindungen zu GlaxoSmithKline, Pfizer, AstraZeneca und so weiter. Wenn jetzt also DeSantis groß ankündigt, diese mRNA-Impfstoffe zu untersuchen, ist das eine PR-Luftnummer. Big Pharma zahlt Unmengen an Republicans. Wenn DeSantis erst einmal Präsident ist, ist die Pandemie vielleicht schon vergessen. Über eine Million Amerikaner sind an Covid verstorben und aus rechten Kreisen sieht man nun eine große PR-Kampagne, bei der man scheinbar plötzliche Todesfälle en masse wegen der Impfung beschwört. Selbstverständlich kann man praktisch bei niemandem, der nach einer Corona-Impfung plötzlich verstorben ist, ausschließen, dass derjenige sich seit Anfang 2020 mehrfach angesteckt hatte mit Covid, ohne das groß zu bemerken. Der Virus erzeugt neu oder verschlimmert bestehende Gefäße und Organschäden. Das Zeug geht auch über die Nervenbahnen rum und so. Das ist echt übel. Impfstoffhersteller sind natürlich rechtlich besonders geschützt. Also es kann jetzt niemand erwarten, dass halt so eine Firma 1.000, 10.000, 100.000 einzelne Verfahren führt, wenn Leute einfach meinen, sie klagen. Aus Hunter Bidens Laptop wird nichts Großes herausspringen. Genauso wenig wie jetzt bei diesem Getöse um die mRNA-Impfung. Hunter besuchte dieselbe Elite-Universität wie DeSantis. Seine komischen Geschäfte waren mit denjenigen Ländern, für die sich die CIA besonders interessiert. Also da heißt es dann intern nationale Sicherheit. Das war alles sanktioniert. Und Hunter bekommt dann einen Klaps auf die Hand. Anthony Forgey, auch jetzt so ein Thema, das wieder aufgewärmt wird. Forgey hatte nie die Befugnis, große Entscheidungen zu treffen. Also er ging nicht auf ihn zurück. Ja, machen wir jetzt hier Funktionsgewinnforschung. Ja, nein, helfen wir den Chinesen dabei und so. Das sind nicht seine Entscheidungen. Viele Fragen darf er auch gar nicht beantworten, wegen nationaler Sicherheit. Er diente auch schon unter Reagan und Bush Senior, also Republican-Administrationen. Die sogenannte Bio-Abwehr schert sich nicht um Parteizugehörigkeit und Ideologie. Aus der Sache wird auch nichts rausspringen für die hoffnungsvollen Konservativen. DeSantis ist wahrscheinlich in Yale einer der Geheimgesellschaften beigetreten. Später war sein Beruf, den Umgang mit Terrorverdächtigen als fieser Winkeladvokat zu legalisieren. Vieles an seiner Karriere ist geheim. Er machte Karriere durch den Krieg gegen den islamischen Terror unter Bush. Und Bush war Yale-Absolvent, Mitglied von Skull & Bones. Aber ich befürchte, dass die selbsternerten Experten für Verschwörungen DeSantis abfeiern werden als große Hoffnung. Alex Jones hatte bereits erklärt, DeSantis sei der neue Anführer. Ja und dann, wenn die Leute sich dann darauf eingestellt haben, die Influencer alle das gleiche erzählen. Und die Leute wollen das hören, die Leute bewerfen die Influencer mit Geld, dann hast du halt wirklich dann die dümmsten möglichen Situationen. Das heißt, man pusht und pusht und pusht diese Fantasien und irgendwelche abweichenden Ansichten werden dann halt irgendwie verdrängt oder einfach dann hier attackiert. Deutsche Influencer kopieren üblicherweise, was die US-Republicans machen. Ja, auch die Russen nehmen hier einen starken Einfluss. Also rumort es im deutschsprachigen Netz jetzt auch natürlich über Hunter Bidens Laptop, Fauci und über angebliche Horden an Leuten, die plötzlich verstorben seien an der Corona-Impfung. Das Publikum lässt sich dann als aufgewärmten Müll aus Amerika andrehen. Genau die Influencer, die komplett dabei versagt hatten, eine frühe akkurate Einschätzung zu Trump zu treffen, werden wohl Hosanna rufen bei DeSantis, weil das halt Geld einbringt. Elon Musk mag es gut meinen aus seiner Perspektive, aber die tiefere Politik und Geopolitik ist überhaupt nicht sein Fachgebiet. Er scheint seine Sichtweisen von den üblichen Quellen abzukopieren. Während der Bush-Administration hatten traditionelle Verschwörungsmedien eine gewisse Blütephase und entlarven das Zwei-Parteien-Kartell. Einen Fake-Ost-West-Konflikt, aber heute sind diese Medien nur noch der Wurmfortsatz der Republican Party. Das heißt, viele wissen gar nicht, woher ihre Szene eigentlich kommt, wer das kontrolliert hat. Wissen gar nicht, dass eigentlich hier aus dem Ausland oder generell von irgendwelchen fremden Organisationen, dass da diese Talking Points herkommen, die dann einfach nur abkopiert werden. Und Leute im deutschen Publikum, die glauben dann, sie bekommen hier super Infos geliefert, bekommen hier irgendwie so eine deutsche Perspektive geliefert, aber es ist die Propaganda von irgendwelchen anderen Ländern. Russen-Propaganda, amerikanische Propaganda. Ja, und das geht ja weiter zurück. Also auch das, was so bei Rechtsextremisten geglaubt wird, ja, und bei Verschwörungsaktivisten geglaubt wird, also dass halt irgendwelche jüdischen Kleinstfamilien das britische Kolonialreich mühelos übernommen hätten und die USA auch noch und so völlig ungehindert. Also diese Märchen, diese Märchen gehen eigentlich im Wesentlichen zurück auf den britischen Geheimdienst, ja, im Wesentlichen im Kern. Und wurden dann halt auch groß aufgebaut, hier auf dem europäischen Festland, durch adelige Netzwerke im Zusammenhang mit Britanniens Geheimdiensten. Das heißt also auch hier so eine der wichtigsten Kernüberzeugungen von einigen Leuten, das ist eigentlich keine, ja, keine richtige deutsche Idee oder auch jetzt keine richtig originäre deutsche Forschung gewesen, sondern das ist halt einfach britische Propaganda in dem Sinn. Und ja, jetzt haben wir dann gesehen, auch Leute aus der AfD oder Umfeld der AfD, die kopieren jetzt scheinbar diese Anti-Impf-Kampagne von manchen US-Republicans. Ja, das heißt, wir haben auch gesehen, dass manche der extremsten Gestalten in der AfD, dass die dann halt pro Trump waren. Ja, sie machten da fleißig Werbung für. Und ja, schütteln auch diese Fantasie-Vorstellungen, ja, dann gäbe es dieses Netzwerk. Also, wurde jetzt dann irgendwas präsentiert, der mit völlig unzureichenden Daten, ja, das heißt, man hat überhaupt nicht ausreichende Daten, um jetzt halt dann irgendwas rauszulesen hier in Deutschland. Man kann auch hier von irgendjemandem, der tot umgefallen ist wegen einem Schlaganfall oder Herzinfarkt oder sowas oder Myokarditis, du kannst jetzt auch nicht einfach so jedes Mal hier so eine kausale Verbindung ziehen zu der Impfung. Ja, du weißt ja gar nicht, wie oft derjenige sich mit Covid angesteckt hat seit Anfang 2020. Also, die Zahlen sagen uns eigentlich nichts, aber man konnte halt dann irgendwie so einen Grafen basteln, so eine grafische Darstellung machen und dann geht es halt plötzlich so nach oben, ja, und das soll jetzt dann irgendwie was beweisen. Das beweist aber eigentlich nur, dass mehr Leute gestaubend sind wegen der Pandemie. Also, eine Pandemie einzudämmen ohne Impfstoffe ist ungefähr so, als würde man der Feuerwehr sagen, sie dürfe kein Löschwasser und keinen Löschschaum benutzen. Niemand wäre auf die Himmelsschrein dämliche Idee gekommen, weltweit eine Fake-Pandemie zu inszenieren, die dann jeder Dulli auf Telegram sofort durchschauen kann, um dann anschließend tödliche Impfstoffe zu verbreiten, sodass auch wirklich jeder die Verbindung nachweisen kann. Also, wer glaubt, dass Verschwörungen so funktionieren, der sollte Telegram löschen. Ja, das heißt, das hat mit der Realität nichts zu tun. Will jemand tatsächlich viele Leute schnell um die Ecke bringen, gibt es Supersmallpox. Ja, da gibt es viel gute Fachliteratur darüber, Supersmallpox und ähnliche Sachen. Niemand würde den Täter je finden. Man bekommt so eine Sache auch nach einer Weile auch wieder schön in den Griff. Also, da gibt es solche Optionen. Es ist typisch für gängige Verschwörungsmedien, dass sie dann an der falschen Stelle suchen oder dass sie halt alles völlig falsch verstehen und dann fanatisch sich halt dann äußern. Und sie sind sich immer bombensicher mit allem, egal wie falsch sie liegen. Also, die eigentlichen interessanten Sachen sind in den biologischen Kriegsführungsprogrammen in den verschiedenen Nationen. Das ist das Interessante. Da sind die Geheimoperationen und die Optionen. Also, ich meine, es ist halt wirklich so, dass viele staatliche und nicht staatliche Player haben halt eben sowas wie Supersmallpox. Und da kann natürlich mal irgendwas richtig Übles damit angestellt werden. Und das ist halt einfach so die Realität. Das ist das Risiko. Also, die große Geheimoperation ist jetzt nicht bei irgendwelchen öffentlichen Corona-Impfstoffen oder jetzt irgendwelchen gewöhnlichen Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen. Die Leute suchen da völlig an der falschen Stelle. Und rackern sich dann ab mit dem Aktivismus und das führt zu nichts. Dann, wollen jetzt Eliten Bevölkerungszahlen reduzieren, lässt sich das zu 99% mit legalen Mitteln erreichen. Also, das ist wirklich so eine Kunst geworden. Man hat das ja auch erforscht, gibt sehr viel gute Fachliteratur drüber. Das heißt, es gilt für die ganze Welt, man kann da einfach die Sachen so deichseln, dass die Leute halt keine Kinder oder sehr wenige Kinder haben wollen. Man braucht da also nicht unbedingt hier mit irgendwelchen hochriskanten, hochtrabenden Plänen kommen. Fake-Pandemie und dann irgendwelche tödlichen Empfungen. Also, es ist vollkommen unnötig. Wenn man sich da halt einliest in die Fachliteratur, dann merkt man, wow, da gibt es richtig fiese, clevere Methoden, die völlig legal sind. Es ist ja immer das, wenn da eine legale Option besteht, da greift man dann immer gerne dazu. Ja, wenn, anstatt dass man jetzt irgendwie sich da so voll offenbart. Also, Ron DeSantis erzählt nun konservativen Wählern, dass er sich so richtig anlegen werde mit den Herstellern von Impfstoffen. Das ist halt eben diese Luftnummer. Big Pharma bezahlt immer die Republicans und auch Democrats. Das heißt, wir haben jetzt in Amerika gesehen, diese stupide Kampagne, nach der Covid-Impfung würden die Leute plötzlich versterben. Und das wird von deutschen Kreisen eins zu eins abkopiert, weil man immer alles abkopiert. Also, Pressekonferenz hier, AfD-Abgeordneter mit einem Datenanalysten hat hier so eine Scheinsensation präsentiert. Ja, mit unvollständigen Daten, das sagt uns gar nichts. Es wird Jahre dauern, bis man ein vollständigeres Bild hat von der Pandemie. Selbst dann wirst du kaum einen Zusammenhang herstellen können zwischen Todesfall und Impfung. Also, bis überhaupt die Impferei begonnen hatte, zirkulierte der Virus SARS-CoV-2 bereits ein Jahr lang und sorgte für Gefäßschäden, Organschäden. Dann dauerte es noch länger, bis Impfstoffe in größeren Mengen verfügbar waren und bis viele dann überhaupt erstmal ihre zweite Impfung bekamen, verging noch mehr Zeit. Das heißt, jemand kann sich durch den Virus Gefäßschäden geholt haben. Bestehende Gefäßschäden können sich unbemerkt verschlimmert haben. Und eine Impfung kann sowas dann nicht magisch reparieren. Wenn dann irgendwann jemand an einem Herzinfarkt oder Myokarditis verstirbt, ist der Grund eher Covid als die Impfung. Also es ist jetzt keine Sensation, wenn ab dem ersten Quartal 2021 nach Daten der Krankenkassen mehr Leute gestorben sind. Man erinnert uns an eine gewisse Phase in der Pandemie, wo die Aktivisten dann behauptet haben, es gäbe gar keine Übersterblichkeit. Also niemand würde häufiger sterben als gewöhnlich. Dann hat man irgendwelche veralteten Daten rangezogen und gemeint, seht her, niemand stirbt an Covid. Das sei ein ganz harmloser, saisonaler Coronavirus. Das sei völlige Luftnummer. Also die These, dass jetzt dann praktisch die Amerikaner, die Europäer, die Chinesen, die Russen, dass die sich da jetzt alle quasi hier zusammengeschlossen hätten, um eine riesige Fake-Pandemie zu inszenieren. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich meine, es ist so einfach, einen richtigen gefährlichen Virus loszulassen oder halt einen mäßig gefährlichen Virus loszulassen und niemand findet jemals raus, wer es gewesen ist. Also es gibt so viel einfachere Operationen, die man hier hätte machen können, aber die selbsternannten Experten für Verschwörungen meinten, der kompliziertest mögliche, riskantest mögliche Plan sei da gefahren worden. Ja und, also niemand wäre auf die Idee gekommen, sowas zu inszenieren. Das ist so ein dämlicher Plan und auch wenn du jetzt halt hier beispielsweise jetzt ausgehst von einem Kartell der Supermächte, einem heimlichen Kartell der Supermächte selbst, also die würden erst recht keine Fake-Pandemie inszenieren, weil das zu einfach zu, ja, das wäre zu einfach zu enthüllen und man würde dann gleichzeitig wahrscheinlich noch das heimliche Kartell der Supermächte enthüllen. Also ein absoluter No-Go. Absoluter No-Go. Also die groß angekündigten Apokalypsen der Covid-Aktivisten sind nicht eingetroffen. Ja, das heißt, keine offene Diktatur hier, keine zig Millionen Geimpfte fielen tot um, dafür starben über eine Million Amerikaner, überwiegend Republican-Wähler und diese Toten werden von Aktivisten ignoriert oder wegerklärt. Und es gibt jetzt halt dann die Kampagne, bei der dann freimütig jedweder Tote aus bestimmten Kategorien im Pandemie-Zeitraum als Impfopfer gezählt wurde. Also der Fanatismus kennt da keine Grenzen. Wie gesagt, ich war ja auch lange Zeit Impfungen gegenüber, abneigend gegenübergestanden. Aber wie ich dann selber gemerkt hatte, irgendwie 2008, 2009, bei einem längeren Auslandsaufenthalt, da kannst du noch so jung sein und noch so gesund sein und weißt ja, Geier, das nützt dir dann auch nichts. Du wirst einfach konstant beballert mit irgendwelchen Erregern, manchmal auch zwei, drei gleichzeitig und du hast nichts davon. Also es macht dich nicht irgendwie besser oder stärker, dass du mit deinem Immunsystem das jetzt irgendwie dann abwehren musst, sondern es können halt jederzeit Schäden dadurch auftreten, die teilweise halt dich eine Weile lang beschäftigen. Also vor allem, wenn sich dann irgendwas tiefer festsetzt in deinem Immunsystem. Also man sollte so einen Krempel wirklich vermeiden. Und es ist halt, man konnte eben dann auch sehen, dass halt viele Influencer aus dem Gesundheitsbereich oder alternativen Gesundheitsbereich, dass sie halt abgedreht sind, dass sie selber gar nicht wirklich sonderlich gesund sind und so. Und dann sieht man eben noch, dass halt irgendwelche gefeierten Helden der Anti-Impf-Bewegung, wie dieser Wakefield, ja, dass der halt da auch hier einen Haufen Unfug erzählt hat, ja. Und das kommt halt alles zusammen. Das heißt, ich war selber lange Zeit sehr ablehnend gestanden gegenüber Impfungen. Und als ich dann den Leuten gesagt habe, okay, so sieht es halt eben dann aus, Impfung macht Sinn bei Covid, ja, das heißt, die Verschwörungen sind irgendwo anders, aber nicht hier. Ja, dann kamen dann die Fanatiker und meinten, ich sei hier irgendwie der große Fürsprecher der Pharmaindustrie oder ich sei, was weiß ich, halt irgendwie so ein bezahlter Agent der großen Weltverschwörung und so. Also bis, das heißt, ja, lange Zeit war ich eher ablehnend gegenüber Impfungen. Aber jetzt heißt es dann plötzlich, naja, wenn man mal seine Sichtweise ändert, aufgrund von Informationen, naja, dann folgen dann so die üblichen Attacken. Ich meine, ich kann es ja nachvollziehen, dass es für die ganz misstrauischen Menschen natürlich dann halt, dass dann eine große Hemmschwelle besteht. Ja, du gehst zu dieser Pharmaindustrie, die halt auch verbunden ist mit biologischer Kriegsführung und dem Establishment. Du gehst da hin und lässt dich mit dem Produkt von denen dann irgendwie impfen gegen eine Pandemie, deren Ursprung immer noch nicht geklärt ist. Das ist natürlich eine Hemmschwelle, ja, aber du hast zudem dann die Wahl. Willst du jetzt diesen Impfstoff, der halt, ja, der halt sehr transparent ist, das heißt, die Leute weltweit können das alles natürlich dann anschauen, oder willst du dein Glück versuchen mit einem ekelhaften neuen Virus, der alles bei dir kaputt machen kann und der eklige Virus, du weißt nicht, woher der kommt. Also du weißt nicht, wer den gefunden hat, gebastelt hat oder wo der entstanden ist. Das ist deine Auswahl im Prinzip, ja, und die Fanatiker sagen halt eben dann, ja, du bist voll eigentlich viel besser dran mit dem Virus und so und das ist alles toll. Und dann stecken sich die Leute halt, also die Aktivisten stärken sich dann halt wieder und wieder und wieder an, merken das manchmal gar nicht oder sie denken halt, sie sind jetzt halt normal krank geworden und so weiter, wissen gar nicht, dass das halt heftigere Schäden auslöst als eine normale Grippe. Ja, Gefäßschäden, Organschäden, neurologische Probleme und dass das, ja, der SARS-2 bleibt uns erhalten, das heißt, die Leute stecken sich wieder und wieder und wieder und wieder an. Und ich meine, einige von den Fanatikern, die uns dann attackieren, ja, für unsere nüchterne Analyse, einige von diesen fanatischen Aktivisten, die empfehlen jetzt halt seit einer Weile oder seit längerem einfach die Republican Party und die Republicans werden uns retten und die werden wahrscheinlich jetzt dann Ron DeSantis abfeiern, obwohl Ron DeSantis nicht groß anders ist als George W. Bush. Und die Republicans lassen sich seit Jahr und Tag bezahlen von Big Pharma, von der großen Pharmaindustrie. Ja, aber das sind dann die Guten, ja, und wir sind dann die Bösen. Also das heißt, wir haben es mit Leuten zu tun, mit fanatischen Aktivisten zu tun, die gar nicht wissen, wo oben und unten ist. Ja, das heißt, sie wissen gar nicht, wer ist Freund, wer ist Feind. Es ist einfach nur Kraut und Rüben. Also es gibt viele Studien aus aller Welt, aus verschiedensten Ländern, die zeigen, dass das Standardwerkzeug Impfen selbstverständlich eine hohe Wirkung hatte bei der Eindämmung der Pandemie und dass jetzt eine Impfung keine magische Unverwundbarkeit bieten kann für den Geimpften und Leute, mit denen man engen Kontakt hat, ändert nichts daran. Also AfD hatte null Erfolg mit dem Corona-Thema bei Wahlen. Einige Menschen hatten sich fanatisieren lassen durch die Dauerpropaganda, aber damit kann man keinen Blumentopf gewinnen. Das heißt, so diejenigen, die halt da so mitlaufen, die sind sich dann untereinander einig, aber ansonsten erreicht man da gar nichts. Und wir haben ja gesehen, wie Fanatiker mit Zahlen umgehen. Also 40.000 Demonstranten in Berlin wurden zu 1,3 Millionen hochgelogen. So gut wie niemand wählte die neuen Anti-Corona-Parteien. Und die ohnehin kleine Mitgliederzahl der AfD schwand, anstatt zu steigen. Also bei Wahlergebnissen können AfD-Sympathisanten ja noch behaupten, Stimmen seien manipuliert worden, aber wie will man die wenigen Parteimitglieder erklären? Hat jetzt der Diebste diese Leute gegessen? Dann eine neue Studie aus Schweden belegt jetzt auch nicht, dass die mRNA-Impfung die menschliche DNA dauerhaft und unwiderruflich verändert. Man hatte in einer Petrischale Leberkrebszellen mit hohen Mengen mRNA traktiert und halt diversen anderen Faktoren, dass halt einfach dann das eine in das andere überschrieben werden kann. Also solche Krebszellen haben ein sehr instabiles Genom, andere Eigenheiten. Also das heißt, das ist jetzt halt ein Laborexperiment gewesen. Die Verschwörung waren nicht die Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung, sondern die Propaganda gegen die Maßnahmen. Ron DeSantis ist übrigens geimpft, genau wie Trump. Neben Republicans verbreiten auch die Russen bei uns Unfug, der in Russland verboten ist. Also das heißt, da wird jetzt halt dann an jedem Strohhalm gezogen. Also jedes Ding wird halt hergenommen, irgendjemand sei jetzt plötzlich verstorben an der Impfung. Und der Aktivismus wird halt eben dann fortgesetzt, weil man das braucht für einen Wahlkampf in Amerika oder weil halt einfach die Influencer hier weiterhin profitieren wollen von der Pandemie. Das heißt, man will halt einfach dann hier aufgrund von einer Luftnummer, will man jetzt hier halt dann einfach weiter Aktivismus betreiben. Aktivismus, der natürlich überhaupt nichts bringen wird. Und dann hatten wir noch das hier. Also die Republicans sind so nah an der Pharmaindustrie. Da wird es keinen Krieg geben gegen die Pharmaindustrie. Ja, so ein bisschen Tamtam und das war es dann. Also wie kann man den Leuten erzählen und wie kann man glauben, dass jetzt die Republicans mit Ron DeSantis, dass die jetzt dann irgendwie die Pharmaindustrie aufmischen werden? Also die ganzen Kongressabgeordneten werden von der Pharmaindustrie mit Geld beworfen. Der neue Star der Republicans, Senator Tim Scott, ist auch die Hoffnung von Big Pharma. Also der kriegt dann Geld von Amgen, Merck, AstraZeneca und so. Also dann gab es halt dieses Gerangel, um die Arzneimittelpreise hochzuhalten und so. Aktionskomitee von Pfizer hat an 228 Gesetzgeber gespendet, also Politiker in den Parlamenten und so weiter und so weiter. Amgens Pack spendete an 218 Politiker. Dann der größte Handelsverband der pharmazeutischen Industrie hat eine Reihe von konservativen Gruppen, die der Trump-Regierung und den Gesetzgebern des Kongresses eine industriefreundliche Politik aufdrängten, Millionen Dollar von Zuschüssen gewährt. Donald Trump hatte Alex Azar zum US-Gesundheitsminister ernannt. Azar war fünf Jahre lang Präsident von Eli Lilly. Mindestens 40 Leute aus der Trump-Administration hatten Verbindungen zu der Pharmaindustrie. Also die Trump-Leute waren verbunden mit GlaxoSmithKline, Pfizer, AstraZeneca und so weiter und so fort. Trump-Administration hatte sich aus Wahlkampfzwecken entschieden, den Leuten Abstand und Masken auszureden. Gleichzeitig lief die Impfstoffentwicklung auf Hochtouren. Die Hoffnung war, dass nicht zu viele Leute wegsterben, bis die Impfungen weitläufig verfügbar sind. Das Ergebnis war, dass nun über eine Million Amerikaner tot sind und viele Todesfälle hätten verhindert werden können. Es gibt ja diese neue Yale-Studie, wo man halt sehen konnte, dass dann halt mehr Republicans starben als Democrats. Rund 16 Millionen Amerikaner im erwerbsfähigen Alter haben heute Lang-Covid. Davon sind zwei bis vier Millionen aufgrund des Lang-Covid-Arbeitslows. Allein die jährlichen Kosten dieser Lohnausfälle belaufen sich auf etwa 170 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Wahrscheinlich mehr. Also viele konservative Influencer haben es ziemlich vergeigt, aber sie wollen nun einen Orden verliehen bekommen. Wenn man jetzt die Republicans wählt, so erzählen sie uns, dann wird ganz bestimmt Big Pharma vernichtet und gleichzeitig ganz Amerika gerettet werden. Also das heißt, Ron DeSantis braucht die Truther als Wähler und so. Er wurde nicht konkret, man will ein paar Sachen machen hier gegen Pharma und so. Dann der Kommunikationsdirektor von DeSantis, Taron Fensky, sagte gegenüber Business Insider, der Gouverneur DeSantis habe nie gesagt, dass der Impfstoff die DNA der Menschen verändert und das ist auch nicht seine Meinung. Also wenn es dann darauf ankommt, ja, dann glaubt er natürlich nicht diesen Stoß. Würde sich auch nicht verklagen lassen natürlich hier durch die Pharmaindustrie. Der Gouverneur, der selbst den Johnson & Johnson Impfstoff erhielt, sagte wiederholt, dass die Impfstoffe allgemein verfügbar sein sollten, dass ihre Einnahme jedoch eine persönliche Entscheidung sein sollte. Ja, und dann gab es halt eben dann hier diese, äh, gab es halt hier verschiedene Experten, die sich dann geäußert hatten über halt das, was aus DeSantis' Ecke da erzählt wird und was dann in Florida gelaufen ist. Ähm, und, äh, DeSantis hat da so komische Leute um sich herum, auf die er dann hört und die geben ihm dann halt vor, was er dann irgendwie sagt, aber das hat halt alles kein Gewicht, ja, das heißt, man kann das relativ schnell widerlegen, auch vor Gericht wird man damit keinen, keinen Blumentopf gewinnen. Ja, das heißt, äh, in Florida, man hat halt eben dann auch einfach nur rumprobiert mit Corona-Maßnahmen, man hat jetzt halt weniger Zwang angewandt, äh, viele Leute haben sich dann freiwillig natürlich dann halt hier auf Abstand bewegt und so. Äh, und, äh, und, ja, und irgendwie wuschelte man sich dann halt einfach durch, zeitweise hatte man sehr viele Leute in den Krankenhäusern, ähm, und, äh, irgendwann hatten halt dann doch einige Leute sich geimpft, also man wuschelte sich halt einfach durch mit gewöhnlichen Werkzeugen, äh, und, ähm, man kann natürlich im Nachhinein, das wird die nächsten Jahre andauern, halt dann eben halt genau untersuchen, was war jetzt so die perfekte, was wäre der perfekte Mix gewesen aus Maßnahmen, wie viel Zwang, wie viel DeS, ich meine, es ist klar, wenn eine Pandemie kommt, dass man dann erstmal möglichst schnell versucht, hier aufs Gas zu treten und die Pandemie einzudämmen, ähm, dieses Rumtaktieren, dieses Rumprobieren, ja, das kann manchmal Glück haben, wie jetzt hier in Florida, verhältnismäßig, das kann aber auch Mord schiefgehen, wie jetzt halt in Russland, äh, dass dann zu viele Leute sterben und, ähm, naja, dann, ähm, kommt halt eben noch dazu, dass es halt eine größere Sicherheitslage gibt, das heißt, solange man betroffen ist hier als Land oder was, oder als US-Bundesstaat von, von der Covid-Pandemie, solange ist man besonders verwundbar für weitere Attacken durch irgendwelche Angreifer, das kann eine biologische Attacke sein mit dem zweiten Virus, das kann halt irgendeine Cyberattacke sein, Nein, wir sehen sie jetzt in Deutschland hier, wenn halt die Betten langsam knapp werden, weil halt irgendwie jetzt jeder Zehnte irgendwie krank geworden ist an irgendwas, ähm, wenn halt eine Covid-Pandemie ist und so, äh, wenn dann noch ein Angreifer kommt, ja, und verdeckt attackiert mit dem zweiten Virus, dann hast du halt eben ein riesiges Fiasko und das wissen auch, das wissen auch hohe Leute aus der Pharmaindustrie, die eingebunden sind in die Bioabwehr, das weiß auch Anthony Forge, das weiß auch, das wissen auch sehr konservative Leute, die in dem Sicherheitsapparat arbeiten, ja, in dem Militär und so, ich meine, ich habe jetzt letztens erstmal das Buch besprochen, und dieses neue Future War mit, äh, General Ben Hodges und diesem anderen General und diesem Professor aus Britannien, also die konservativsten Sicherheitsfuzzis, Ex-Generäle oder Generäle im Ruhestand aus Amerika und die sagen, hey, pass auf, äh, in, in, in zehn Jahren oder was, oder in ein paar Jahren könnten wir halt angegriffen werden mit dieser Hyperkrieg-Strategie, das heißt, ähm, ähm, es kommt eine neue Seuche, COVID-29, äh, und das, hinter der Seuche stecken dann die Russen und die Chinesen und bei uns werden halt Leute militärkrank, vor allem auch jüngere Leute, ähm, und dann sind wir halt geschwächt und dann kommen Cyberattacken, also das heißt, da wird offen drüber gesprochen, diese Sicherheitsleute wissen das, ja, und deswegen ist es halt so amateurhaft und so hirnig, wenn Leute meinen, sagen, na, lassen wir COVID doch laufen, wir hätten COVID einfach laufen lassen sollen, und blablabla, das sei ja alles nicht wichtig und so, ja, die ganze Zeit ist man verwundbar für weitere Attacken, ich hab da auch von Anfang an drauf hingewiesen, ich hab jetzt nicht gesehen, dass andere Leute großartig drauf hingewiesen hätten, äh, aber das ist halt einfach so mit der größeren Sicherheitslage, ja, und, äh, das, das, diese Realität kannst du nicht wegwischen mit irgendwelchen manipulativen Statistiken oder mit irgendwelchen geraune, ja, du bist jetzt Teil der Pharmaverschwörung und so, ja, es ist, wie es ist, also, das heißt, ähm, mit diesem COVID-Fanatismus, da wird niemand was reißen, hier bei den Republicans, wird sich nichts verändern an dem amerikanischen System, äh, die AfD wird damit keinen Blumentopf gewinnen, auch die Verschwörungsaktivisten werden damit keinen Blumentopf gewinnen, das Einzige, was sie damit erreichen, ist, dass sie halt einfach weiterhin hier, äh, durchdrehen, ja, äh, dass sie halt einfach immer, immer mehr abschwirren und das halt dann, ähm, ähm, ja, immer mehr Leute davon abgeschreckt werden und, äh, ja, gegebenenfalls sehen wir halt dann mehr Extremismus, mehr Terrorismus und in dem Bereich, äh, ja, sind die Staaten halt einfach sehr gut aufgestellt, die Staaten haben die ganzen Experten, um sowas einzudämmen, während halt die Terroristen, die Aktivisten dann immer halt einen Bock nach einem anderen schießen, halt immer großflächig versagen, äh, also, das heißt, ähm, äh, das heißt, man sollte halt nicht auf Influencer hören, die eigentlich professionelle Musiker sind und Entertainer waren und, und Veganköche, ja, oder irgendwelche Fuzzis aus den Massenmedien waren oder die halt, ähm, die sich halt, die es nie geschafft haben, sich dann wirklich reinzuarbeiten in die ganzen Themen, über die sie ja sprechen, ja, es werden einfach irgendwelche Trends abkopiert aus Amerika meistens, teilweise auch von den Russen und das wird dann aufgewärmt und den Deutschen präsentiert und, äh, das, das muss einfach aufhören. Vielen Dank.